eine schlafmatte ach so ja gut ist okay das ist das und die schiebetür robin da kommt noch einiges auf uns zu hier geht es ja gleich so weiter es ist zwar quatsch weil es ist wirklich nur eins sondern kaufen wir noch mal drei davon wir können noch ein paar mehr kaufen weil ich werde die weiterhin brauchen diesmal nicht die fehler machen da war wieder das böse es manchmal pfeife ich beim es sagen ich mache es nicht nur vor weil ich selbst mir tut in den ohren weh ich müsste wirklich mal an an der mikrofoneinstellung beziehungsweise eine ganze soundeinstellung mal so ein bisschen was machen dass du was rausgefiltert wird vielleicht wird es auch schon und ich höre es nur weil ich kann es bei mir nicht rausfiltern weil ich bin ja anwesend das hat er jetzt nicht gesagt das war ziemlich doof so fangen wir das mal damit an das ding mit den zweifarbigen fließen habe ich wahrscheinlich auch gar nicht richtig verstanden aber egal so das ist wieder der hier machen wir jetzt gleich noch das hunde bett damit ja genau deshalb so immer so ein bisschen eng da haben wir den roten da hat den roten aufhören das machen wir nicht ach ein fake stick also ein falscher wir hatten nicht das geld für echte stöcke deswegen müssen wir uns einen falschen besorgen einen falschen stück was haben wir hier ist ein raum so hier kommt dann wieder das tag den hauptraum machen wir als letztes noch ein nicht ach komm wegen einem ja na gut oh wie heller für sich was achso ich war wieder falsch ich darf nicht rausgehen das muss jetzt mal so machen da haben wir es immer so gemacht ich weiß es gar nicht das wird jetzt alles ein bisschen wenn das passt immer genau nicht es passt immer genau nicht an dann tutto Und der Tennisball, ja gut, den lieben die. Ist schon ein Grindingauftrag, so ein bisschen, wir machen uns mal ein bisschen mehr Arbeit als nötig ist, indem wir viele ganz kleine gleiche Räume machen. Nein, diesmal ist das falsch. Diesmal müssen wir wirklich den rechten Mausklick nehmen. So. Bam, 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 nein. Ich habe eine Idee. Okay, da wir es ja wissen. Machen wir es dann mal so. Mh, das Un. Was? Er macht. Okay. Naja, egal. Ähm, das war jetzt ihr, na. Und der Robin. Ah, nee. Doch, komm, machen wir. So. Ah, hier waren wir schon überall. Was haben wir hier? Achso, da geht es nur noch weiter. Ja, um Gottes Willen, das da ist nicht gut. Leicht cremig und eine Kumpfermünze. Klingt wie eine seltsame Band. Ich bin auch sofort wieder da, aber die Natur ruft gerade so ein bisschen. Bin gleich wieder am Start. Und wieder da. Gerade haben wir noch mal die Katze gekuschelt. So. Dann verkaufen wir mal zwei. Kleine Dosen. Ich mache ganz kurz noch die Bodenpaneele. Einfach nur, um rauszufinden, ist das jetzt wirklich das Richtige? Aha. Gut. Ich weiß nicht genau, wie wir das machen, aber egal. Eigentlich ja viel schneller als Paneele oder so. Lass mal schauen, haben wir alles gut. So, die Fliesen müssen also weg. Jetzt zeige ich euch, wie man Fliesen überstreicht. Wird euch jeder Handwerker sagen, genau so geht es. Einfach mit der Rolle über die Fliesen wird wie eine Wand wirklich gar kein Problem. Nicht. Aber deswegen liebe ich Ausslipper so. Lauter Dinge, die man so niemals machen könnte. Was? Habe ich doch. Der verbraucht da irgendwie sehr viel. Warum auch immer. So. 85% über der Tür ist. Ist das jetzt wirklich nur noch das bisschen Fenster da? Und schon wieder falsch. So, weil wir angefangen haben. Oh, bitte lass es noch ein bisschen das sein. Idee. Das dürfen wir. Okay. Okay. Dann fühle ich mich auch besser. So. Dann. Ach, das ist das Büro. Fangen wir mit dem Schreibtisch. Mit dem Büroregal fangen wir an. Wie viel davon? Dann den Schreibtisch. Dann machen wir doch zuerst die Lampe. Wie viel kommen da? Eine. Dann kommt der passende Lichtschalter. Und da es draußen dunkel wird. Okay. Das wird sehr beengst. Beengst. Beengt. Und der Schreibtisch. Der kommt. Und natürlich wieder unsere Lieblingsmacht. Marke. Woody. Typ Bezeichnung. Die Tischlampe, die ich runterfallen darf. Ja, die. Ja, die. Der Stiftehalter. Natürlich der Laptop. Ah, das ist eine Unsitte. Schön. Aber Laptops. Ich hasse die Dinger. Der Klebezettelblock. Der Klebezettelblock. Richtig rum. So rum. Genau. Das habe ich. Also in echt. Das habe ich. Das kommt aber nicht dahin. Das kommt, wenn ich darf. Ja. Da kommt. Das geht doch. Das kommt dahin. Das habe ich im Original. Ich glaube es ja gar nicht. So. Da kommt der dahin. Ein Bücheregal. Das passt gut dahin. Ist es richtig rum? Ja. Der dunkle Ordner. Ich bin der dunkle Ordner. So. Ja, super. Obendrauf. Eins. Ich wollte gerade mit Steuerung am Raster anpassen. Das geht aber gar nicht. Das ist ein anderes Spiel. Das ist Satisfactory. Auch. Tolles Spiel. Kann ich immer nur empfehlen. Ich bin jetzt mit dem aktuellen Update 5 komplett durch. Das neueste Update ist noch nicht ganz drin. Ich spiele ja immer nur die Stable. Ein hängendes Dokumentenfach. Wie sieht das aus? Das kommt dann einfach. Das kommt dahin. Das ist ja mal ein Büro. Oder Büro. Wie man bei uns sagt. Gut. Und natürlich ein Fernseher. Jetzt bin ich mal gespannt. Da mache ich nie wieder den Fehler. Irgendwas anderes als klein zu nehmen. Weil, also, wenn das klein ist, dann ist unser Fernseher, der nicht klein ist, groß. Äh, was? Nein. Quatsch. Ne, wenn das klein ist, dann ist unser Fernseher, der wirklich nicht klein ist, mini. Und er spielt privat auf diesem Laptop gerne Hausflipper-Pads. Und guckt währenddessen auf dem Fernseher irgendwas. Keine Ahnung. Alter Schwede. Machen wir mal den Hauptraum. Was kommt denn hier? Wie, da muss ich nichts machen? Nur viermal. Ach, das wird... Hm, ich verstehe. Das wird... Also erstmal, es wird ein sehr, sehr heller Raum. So. Fum. der kühlschrank schneemann großer kühlschrank es werden zwei kühlschränke aber vielleicht für irgendwas ist ja kein krankhaus so dann zweimal das regal lamos das sind eckregale haben wir noch genug ecken übrig 1 2 wie gewollt und dass ihr wollt schön find's tatsächlich irgendwie ist die für 1 2 ne warte so 3 und noch im raum fertig aber wir sind noch so weit davon entfernt wirklich fertig zu sein so diese räume sind alle gut ja außerdem eigentlichen hier gut was machen wir denn da die schiebetür muss weg das ist die ok und stattdessen muss dahin diese hier und oder ist ja der fertigkeit punkt ich freue mich es ist fast geschafft es ist noch einer so leistung gesteigert was schnelles ab reißen keine ahnung machen wir hier den städten trieb trizeps stand der trizeps so dann so die eine hälfte nein machen wir mit dem hellen für sich da können wir ruhig ein großer nehmen machen erst mal die seite mit dem hellen für sich so ok ja das müssen wir jetzt irgendwie noch ein bisschen besser hinkriegen das ist ja schön wie nur noch viel das erklären wir mal bitte ich verstehe gut das war dann also falsch wir schnappen uns das ding das ist ja schön ich bin ich bin